Oh, da unten! Los! Jawoll! Sehr schön! So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim! Jawoll! Wir sind hier in Flusswald stehen geblieben, haben noch mit der, oh Gott, mit dem Schmied gesprochen, genau. Es ist inzwischen auch schon, na, das sieht geil aus, das sieht richtig geil aus, der Mond da oben. Okay, damit, genau, wir haben mit dem Schmied noch gehandelt, uns ein cooles Schwert und eine Rüstung von dem Schustern lassen und machen uns jetzt langsam auf den Weg Richtung Weißlauf. Oh, guckt euch das mal an! Richtig geil! Okay, und machen uns jetzt auf den Weg Richtung Weißlauf, um mit dem Jarl dazu sprechen, um dem zu sagen, der ist ein Drache, in dem seine Richtung fliegt. Weil, wen soll er denn sonst glauben, außer uns? Kriegen wir das Ding gefangen? Komm schon! Ah, verdammt, keine Chance, nee, keine Chance. Okay, öh, warte! Go, 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 go! Ja! Ah, nee, dem laufe ich jetzt nicht nach. Genau. Richtung Weißlauf, wollte ich sagen. Wir sind auf jeden Fall, laufen wir in die richtige Richtung. Und wenn es mich nicht recht täuscht, sieht Weißlauf, ah, das sehen wir dann gleich, genau. Ich glaube, das sieht relativ ähnlich aus wie Rohan von Herr der Ringe, für diejenigen, die das geguckt haben. Ich sehe gerade da oben, dass hier ein kleiner Dungeon in der Nähe ist. Und. Sollen wir den noch schnell machen? Weil wir sind erst Stufe 3. Und ich glaube, lieber sind wir zu stark, als zu schwach. Wir spielen immerhin auf Experte. Ich glaube, wir machen das. Komm, wir machen den. Oh, die Strömung ist echt stark. Lass uns doch schnell noch in den Dungeon da oben reingehen. Und da mal durchrushen. Ja, ja, komm. Genau, seht ihr? Da hinten ist Weißlauf. Und ich finde, das sieht extrem ähnlich aus wie Rohan von Herr der Ringe. So auf so einem Hügel gelegen. Genau. Ich war ja als kleines Kind Bergsteiger gewesen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Deswegen komme ich auch hier so gut durch die Hügel und durch die Felsen durch. Wo ist denn der Eingang? Ah, ich glaube, gerade da unten, wo die Brücke ist. Oh, guckt euch das mal an. Hier springt die Lachse das Wasser hoch. Beziehungsweise die Strömung. Auch geil. Sind hier Feinde? Also hier ist auf jeden Fall ein Dungeon. Das heißt... Meistens bedeutet das, dass das... Jawoll. Meistens bedeutet das, dass hier auch Gegner in der Nähe sind. Da oben auf jeden Fall ist der Eingang. Dann gehe ich auch mal da hoch. Und hau mal da ein bisschen auf die Kacke. Wenn da einer ist, tue ich schnell reagieren. Ja, da ist einer. Den habe ich. Ist hier noch einer? Da oben. Ey, voll weg, Herr Hund. Ist ja geil. Also ich tue mal, glaube ich, meistens nur Waffen aufsammeln und halt das Gold, was die haben. Weil das ist halt auch am meisten wert. Der Rest, diese Kleinigkeiten wie Rüstung und so. Das bringt, glaube ich, nur was, wenn ich auch Berufe mache, glaube ich. Und das Zeug dann auch verwerte wieder. Los, 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 los. Ulf, der Blinde. Er ist tot. Ihr seid der Nächste. Let's go. Boah, übertreib's doch nicht. Der ist doch blind und der kämpft. Den habe ich. Die habe ich auch. Boah, das ist 100 wert, das Schild. Ja, ja, ich weiß. Der brennt uns da die. Mann. Da, hier, friss. Sehr schön. Hat die noch was? Nee. Gar nicht mal wirklich. Oh, ich habe ein Buch. Also Bücher lesen, das bringt es ja wirklich. Das ist nur leer. Weil das gibt auch Erfahrungspunkte. Also da kannst du echt in jedem Bereich, kannst du... Fellrüstung. Du kannst da echt in jedem Bereich, kannst du da Erfahrungspunkte kriegen, wenn du Bücher liest. Das ist alles nichts wert. Okay. Hier ist auch nichts großartig. Boah, Mann, diese Zauberer hat die Regen auf, Alter. Ey. Komm schon. Äh, Gesundheit niedrig. Du solltest... Genau, Zaubertränke. Habe ich? Gott sei Dank. Das ist halt trotzdem manchmal noch ein bisschen schwierig, wenn man hier gegen drei, vier auf einmal kämpft. Weil die einen dann ja doch ziemlich in den Arsch treten können. Hier unten war doch noch einer, genau. Der hat sicher auch noch Gold oder so. Gold. Ein Schild. Schilde sind extrem viel wert. Ein Silberring. Ich muss mich mal anders hinsetzen, Leute. Oh, mein Fuß schläft uns noch ein. Gut. Oh, hier haben wir noch eine Kiste. Dietriche. Waren. Gold. Stiebel brauchen wir nicht. Das ist, wenn man Alchemie macht, kann man dann... Das ist dann halt wie die Werkbank von Minecraft. Da kannst du dann halt da deine Zaubertränke brauchen. Den hab ich. Den hab ich. Yes. Oh, wir sind Level ab. Und wir haben eine Hose auch gekriegt. Hätte ich auch mal vorher nehmen können. Ja, und da schießt einer auf uns. Von wo denn? Von da oben. Los, los, los. Äh. Bist du dumm? Nein. Inventar. Oh. Verdammt. Wir haben keine Tränke mehr. Äh. Kurz überlegen. Kurz überlegen. Ich mach das schnell so, Leute. Ähm. Illusion. Zerstörung. Wiederherstellung. Heilung. Links, rechts. Nichts. Los. Nein. Oh, war das knapp gewesen. Scheiße. Nee, sind sich am Anfang jetzt wieder, gell? So ein Bullshit. Ah. Oh, das war... Ich muss echt ein paar Tränke besorgen. Wir dürfen halt echt nicht vergessen, dass wir hier auf Experte spielen. Komm schon. Hey. Willst du? Da, Mann. Da, friss. Aua. Das haben wir mit dem Finger angeschlagen auch noch. Hey. Guck dir den an, Mann. Der übertreibt's ja voll. Gold. Schild. Kriegsachst. Hm. Genau. Hat der noch irgendwas? Gold und Dietrich. Waffe. Scheiße. Ey, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Diese Magier, ey. Ich sag's euch. Die sind richtig scheiße. Komm, lad dein Leben mehr auf. Jetzt. Nein. Zu früh. Und tschüssi. Oh. Leck mich doch. Das kann's doch nicht sein. Wir hätten's vorhin geschafft, Mann. Wenn ich da ein bisschen besser aufgepasst hätte. Rudolf, seid ihr das? Hey. Kann jemand hier runterkommen? Hilfe. Ist da jemand? Oh. Hilfe. Ich werde euch töten. Komm schon. Los. Komm schon. Mann. So. Haben wir. Haben wir. Gut. Haben die noch irgendwas? Oder die hier? Sehr schön. Okay. Kurz Leben aufladen lassen. Komm schon. Schneller, schneller. Gerade mit angehaltenem Schlag. Los. Ja, daneben. Wird schon wieder. Okay, ich hab aber jetzt wenigstens noch Zaubertränke. Komm schon. Yes. Hey, willst du mich verarschen, du? Komm schon. Jetzt. Los. Mann. Nein. Jetzt kommt auch noch so ein Bastard. Jawohl. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Den haben wir. Gut. Jetzt können wir noch, aber auch den Zweikampfgrad noch. Zweihänder. Genau, das wollte ich. Mehr Schaden. Sehr schön. Gut. Wie hat mir da eben gerade geschrieben überhaupt? Hm. Gut. Nee, warte. Das lass ich. Jo, hier haben wir noch Geld. Das haben wir das letzte Mal übersehen. Bücher. Karte aktualisiert. Und das da. Nichts Besonderes. Ist hier noch irgendwas drin? Pfeile, Pfeile, Dietrich, Baringold, Schuhe. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Ich glaube, hier sind wir auch gestorben. Nee, nicht genau hier. Gibt es wenigstens Tränke hier? Nee, auch nicht. Toll. Komm. Denkt ihr, das wird funktionieren? Komm. Komm. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Einen haben wir. Die haben wir auch. Und jetzt zurücklaufen. Oh, wir sind Level up. Sehr schön. Das bedeutet, dass wir uns auch wieder auf volle Gesundheit. Jawohl. Zweihänder. Können wir da weitermachen? Benötigt 40. Okay. Los. Wo ist denn der? Los, 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 los. Oh, da unten. Los. Jawohl. Sehr schön. Keine Chance. Okay. Hier ist nichts mehr drin. Und hier ist der Ausgang. Oh. Das könnte ein Boss sein. Warte mal. Ja. Super. Komm schon. Oh, mit so einem... Bist du behindert? Was zockst du? Scheiße. Ich hoffe, der hat abgespeichert da draußen. Bitte. Bitte nicht wieder ganz drin. Oh, Gott, sehr Dank. Ähm. Ja, nee. Ist klar. Oh, dieser Bastard. Los. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. 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 Sehr schön. Okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, meine Reaktion, aber der war halt echt stark. Oh, verzauberte. Boah, ich nehme einfach alles. 24 Schaden. Einen Moment, Leute. Ich schaue mal kurz nach. Die ziehe ich locker an. Ganz sicher. Nee. Was denn das da? Zeig mal. Oh, ist ja geil. Ein Umhang. Stimmt, das ist ja auch eine Mod, wo ich gemacht habe, dass man jetzt Umhänge machen kann. Gut, der sieht jetzt nicht so geil aus, aber ist echt nicht schlecht. Müsst ihr zugeben. Der sieht, naja, der sieht schon geil aus. Doch, doch. Ähm. Dün, 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 dün. Genau. Tipptopp. Ja, wir haben ja noch keine Magikar-Zauberz. Sonst hätte ich jetzt gesagt, nehmen wir das Teil, aber das ist jetzt eigentlich gut so. Okay, meine Lieben. Dann würde ich schon vorschlagen, dass wir an dieser Stelle jetzt den Part langsam beenden. Da unten ist übrigens Weißlauf, unser Ziel. Und das ist doch gerade die richtige Location, um uns zu verabschieden. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gib mir doch so einen Daumen nach oben. Smash den mal so richtig. Und, ähm. Ja, okay, das sollte jetzt kein Gebettel sein. Einfach nur, ich würde mich für Unterstützung freuen. Und ja, wenn ja, euch gefallen hat der Part, dann schreibt mir doch was Nettes oder teilt das Video oder keine Ahnung. Einfach sowas. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und ciao. Haltet die Ohren steif. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank.